8. Dezember 2018 22 Uhr 32 Fan von Hertha BSC landete beim Jubeln im Graben Glück im Unglück für einen Fan des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, nach dem Siegtreffer seiner Mannschaft im Spiel gegen Eintracht Frankfurt 1 zu 0. Am Samstagabend im Olympiastadion stürzte der Anhänger beim Jubeln in den Graben zwischen Tribüne und Spielfeld. Wie Vereinssprecher Max Jung mitteilte, geht es dem Fan jedoch soweit gut? Er sei stabil und ansprechbar gewesen, zur Untersuchung sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Wie Vereinssprecher Max Jung mitteilte, geht es dem Fan von Hertha BSC, nach dem Fan von Hertha BSC, nach dem Fan von Hertha BSC, nach dem Fan von Hertha BSC.